Der Biergarten ist in der Nähe schon sehr, sehr gut besucht. Blau und Rot. Beim Bayern-Eingang ist schon einiges los. Diesmal ist da ein blauer Fanbus gekommen. Jetzt hat ein zweiter Biergarten geöffnet. Es ist jetzt gleich. Viertel vor zwei. Jetzt wird der Zulauf immer stärker. 14.23 Uhr. Noch gut eine Stunde bis Spielwegin. Die Massenströmen. Einmal zur Seite! Einmal zur Seite! Das sind die Arminen! Sag mal! Das sind die Arminen! Das sind die Sieger von heute! Genau! Das sind die Sieger! Eine halbe Stunde vor Spielbeginn. Die Eingänge sind voll. Es ist jetzt zehn vor zwei. Die Eingänge sind voll. Vielen Dank. Vielen Dank. Jetzt kommt er wieder, Solo. Wie spielt denn Arminia heute? Arminia wird heute wahrscheinlich nicht gewinnen. Ich hoffe auf eine harmlose Niederlage. Harmlose Niederlage. Ich sehe das etwas anders. Okay. Ich wünsche euch eines Gutes auf der Bielefeldalm mit dem guten bis fähnischen Bier. Das ist die Stimmung auf der Arme. Ich glaube, die liegen schon 1 Uhr zurück. Das ist die Stimmung. Das ist die Stimmung. Das ist die Stimmung.